Wie kannst du nur die Einsamkeit erlaufen? Bist du doch sehr, heute nur allein, auch du kannst nicht nur mein Zellengel sein, doch bist du nicht aus deiner Trauheit erwarten. Bist du nicht der Einsamkeit der Friedenschein, der wichtig Leben und Lebensbilden sah, doch kommt und ist ihm prompt in ihrem Trauheit des Seufels der Friedenschein, der wichtig Leben und Lebensbilden sah. Bist du nicht der Einsamkeit der Friedenschein, die wahle Freiheit dieses ehemitsbit, wie wahle Freiheit dieses ehemitsbit, will meint sich wohl eindlich verstehen, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020